Herzlich willkommen bei Lubera Edibles, dem Spezialisten für essbare Innovationen. Wir produzieren die besten Jungpflanzen im Bereich Obstbäume, Beerenobst und Gemüse für professionelle Gartenbaubetriebe, die aus unseren Jungpflanzen größere Verkaufspflanzen machen. Unser Thema heute ist Produktentwicklung. Vor der Kamera steht Frederik Vollert. Er ist innerhalb von Lubera Edibles zuständig für Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Jetzt mal zunächst das Thema Produktentwicklung. Wie funktioniert das genau? Was genau ist deine Aufgabe? Was machst du denn, lieben Land und Schal, Frederik? Produktentwicklung ist bei uns so ausgelegt, dass ich auf den Züchtungsfeldern direkt mit Markus Kobel, dem Züchter, die Neuheiten, die Neuselektionen, die Sämlinge anschaue und dass wir uns zusammen beratschlagen, welche Sorten in die weitere Produktion gehen bzw. in die weitere Selektionszwischenstufe. Wie kann man sich das vorstellen? Also du wälst da zusammen mit den Züchtern bei Lubera Pflanzen aus oder auch bei anderen Züchternpflanzen aus, bringst sie hierher und dann werden sie in vitro etabliert oder testest du sie nochmals vorher? Wie genau ist die Vorgehensweise? Das kommt ganz darauf an, wie weit fortgeschritten der Selektionsstatus schon ist. Wenn natürlich schon zwei, drei Jahre vorher selektioniert wurde, dann kommt das Material, was hier in den Betrieb kommt, wird gleichzeitig parallel getestet. Es kommt sowohl in die Mikrovermehrung als auch hier bei uns in den Sortensichtungsgarten und wird dann parallel angeschaut. Anders ist, wenn es in einem sehr frühen Selektionsstadium ist, wenn es direkt aus dem Sämlingsbestand kommt, dann wird in der Regel erstmal bei uns die Pflanzen aufgetopft, hier im Sortensichtungsgarten angeschaut und dann entscheidet sich erst die Eignung für die Mikrovermehrung oder eben auch nicht. Herzlichen Dank, Frederik Vollen. Noch was. Wenn Sie mehr Informationen und Geschichten zu essbaren Innovationen wünschen, dann abonnieren Sie hier unseren YouTube-Channel und hier geht es zu unserer Webseite. Jetzt aber können Sie weiter gehören.